Ich hab den Sinn jetzt nicht verstanden, aber trotzdem. Okay, jetzt kommt, ähm, ja, die Spiegelwelt sozusagen. Und zwar ist das jetzt ein Level, wo wir laufen müssen und hier kommen Gegner und alles. Also ein, ähm, dummes Level eigentlich. Computer wird stark beeinflusst durch Headset. Interessant. Ähm, ins Loch dürften wir nicht reinfallen, weil es peinlich wär. So. Ich glaub, das Loch wird nämlich größer. Genau. So, genauso wie das hier. Und da fällt ein Kronleuchter. Der also auch noch trifft, das ist das Peinliche. So. Ja, okay. Okay, okay, hör auf. Komm, übertreib es nicht. Hey, das ist krank. Das ist Umfug. So, fall runter. Fall nur auch runter. Okay. Jetzt kommen wir in diese Tellerkacke. Oder auch nicht. Ah, doch. Ja, klar, der macht Schaden. So, und aus dieser Spiegelwelt raus. So. Ja. Ich glaub... Ich glaub, das war die letzte Welt. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, du willst euch da reinfallen, ne? So. Ja, ich fall aber für dich nicht da rein. Ähm. Ich glaub, du raufst doch gleich ab, ne? Na, ja, es ist die letzte Welt. Leute, wir haben schon die letzte Welt erreicht. Äh, geht ziemlich schnell. So. Okay. Hat sie jetzt auch vollgebracht. Okay, war noch ein Vorhang. Und hier kamen Gegner jetzt. Äh, da ist was verbatgt gewesen. Macht aber alles gar nix, weil... Ja. Ich glaub, wir werden hier auch jetzt gleich sterben einmal. Ja, vor allem wenn man ahnt, dass hier so eine Cinderella-Kutsche vorbeikommt. Also ehrlich, ey. Aber du dreckiges Teil, wo kommst du denn her? So. Ja, ja, ich fall da schon nicht rein. Keine Angst. Hehe. So. Wir haben ja den ganzen Let's Play haben wie nur zwei Leben verloren bisher. Und wir haben auch grad mal 40 Minuten fast erst aufgenommen. Also von daher... Ist das gar nicht so schlimm. Wir müssen aber mal langsam zum Schluss kommen, weil, ähm... Ja. Das Let's Play ist nicht so groß. Und es ist ja auch eigentlich nur ein Ersatz, weil mein Headset momentan kaputt ist. Und von daher... Ja. Ja klar, du warst tot. Hallo, die sind doch tot. Die Karten machen Schaden. So. Du kannst mich mal hexen. Ihr könnt mich alle mal. Okay, kam keine Hexe, aber macht nix. Nummer sicher ist Nummer sicher. So. Und da unten ist definitiv nix. So, aber hier drinnen muss was sein. Genau. Äh, nur im Fahrstuhl. Wiii! Ähm, da war irgendwas. Genau. Dahinter sterben wir. Und ein Kontrollpunkt. Gut so. Gut so. Die letzte Welt ist auch nicht mehr so groß. Oh ja, komm. Geh sterben. Danke. Okay. So. Okay, wie weit es noch war, weiß ich nicht mehr. So. Geh sterben, auch du. Und das Ding verfolgt mich noch. Ähm. Ja, klar. Bei zwei kann ich auch voll was machen. So. Das war Leben Nummer drei übrigens. Ähm. So. Einfach ganz schnell hier weg. Ja, klar. Geh weg. Danke. So. Ähm. Ja. Langsam geht es dem Ende wirklich zu. Haben also ein Projekt innerhalb von einer, ähm. Ja, du überlebst irgendwie. Warum auch immer. Äh. Kommst du uns hinterher? Ja. Hallo. Wie asozial ist das denn? Ja, klar. Oh, langsam wird es mal unfair. Man hat mich jetzt getroffen. Also hier wird es langsam richtig unfair, weil mich jeder Kack trifft, der eigentlich mich gar nicht treffen dürfte. So. Geh sterben. So. Ja. Geh kaputt. Danke. Hallo. Danke. Danke. Ach, der krabbelt automatisch weiter. Wie geil. Okay. Ja, ich brauch gar nichts drücken. Der krabbelt automatisch. Ich beeil mich lieber hier. So. So. Ich laufe dem Herz hinterher. Nein, meine Liebe. Ja, ist ja typisch. So. Da kriegen wir auch die Energie hier wieder. Das ist praktisch. Das ist gut. Ich hoffe, langsam müsste das Level- oder Spiel eher gesagt vorbeigehen. Genau. Du hast wirklich weit geschafft und jetzt ist Endboss-Zeit. Weil der Endboss ist auch nicht wirklich so schwer. Aber wir müssen vorsichtig sein, denn die Wolken sind wirklich eine Gefahr. Da fallen die Sensen-Männer. Ich glaub, das war's. Wanda-Badam. So. Gut gemacht, Mario. Wer ist das? Dich muss ich auch töten. Mein Buch. Mein Buch. Da hab ich doch die ganze Zeit draus vorgelesen. Unglaublich. Nur niemand hat es jemals mich getötet. Oder irgendwie so. Du bist ein großer Zauberer, als ich dachte. Und ich will dir einen super Trick zeigen, wie du von meiner Welt der Illusionen wegkommst. Ja, zack her. Oh, und da sind sie auch schon. Ja, Donald war ja nicht dabei. Das kommt ja nur, wenn man zwei Spieler spielt. Oder Donald. Das sind die einzigen Ausnahmen hier in dem Fall. Also von daher. Ja. Eine große Show. Mit Tick, Trick und Drack und Lounge ist auch Pluto. Ähm, die Schweinchen. Sehr viele Schweine sogar. Und Minis und Daisy ist auch da. So. Ob Mick und Muck da sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Hier sind Donald und Micky, die Zauberer. Und hier ist deren Hut. Ist ja schon eine Zauberei für sich, dass sie den Hut ohne sich zu bewegen da hingekriegt haben. Und Donald jetzt die Fresse poliert bekommen hat. Hehehe. Danke für's Spielen. Ähm, ja. Vögel fliegen umher. Keiner Kallus auch da. Und nun gibt ihr einen Daumen. Danke für's Spielen. Hehehe. So. Und damit... Damit war's das. Sehr kurz... Und sehr zusammenfassend war das World of Illusion. Ähm, und ich bedanke mich für alle Zuschauer, die dieses Projekt verfolgt haben. Ähm, ja. Ich weiß. Ich werde das in vier Parts schneiden übrigens. Ähm, so zehn Minuten Parts. Und was ich zum Headset gesagt habe, das war auch alles nur ein Headset-Projekt, was zum Ersatz kam. Weil ich halt heute nichts hochladen kann für euch. Aber ich wollte hier unbedingt was aufnehmen. Und deswegen nehme ich das mit anderer Qualität auf. Ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem. Ähm, seid mir nicht böse. Ich werde mir ein neues Headset so schnell wie möglich anlegen. Ähm, ja. Ich würde mal sagen... Danke fürs Reinschalten, Leute. Ähm, große Wort kann ich nicht sagen. Ich gebe dem Spiel im Endeffekt, ähm, weil es auch ziemlich kurz ist eigentlich nur. Aber, ähm, für Kinder wirklich gedacht war. Ähm, und im Grunde genommen, ähm, die Musik jetzt gerade ziemlich laut wird. Hehehe. Nee. Aber weil als Kind hatte ich so viel Spaß bei dem Spiel. Ähm, ich weiß gar nicht mehr wie viel Spaß ich hatte. Ich habe es mit meinem Bruder tausendmal durchgespielt. Unglaublich. Ich war sechs oder fünf Jahre alt. Ähm, mein Bruder war immer Donald Duck. Ich war immer Mickey Mouse. Wir hatten damals Probleme beim ersten Level allein schon. Doch heutzutage... Unglaublich aber wahr... ...ist das Projekt auch nicht mehr so schwer gewesen. Aber ansonsten danke fürs Reinschalten. Und wie Mickey Mouse doch schon sagt... ...wo er steht und Donald auch. Masa la vista. Baby... 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 Baby...